Ich habe hier noch zwei sehr interessante und auch durchaus ambivalente Artikel bei der Welt gefunden. Einmal geht es hier um einen Mann, den man mit seinen Aussagen nicht anders beschreiben kann, als jemand, der ein sympathisches Gesicht zum Reinschlagen hat. Er hält immer noch an seiner Aussage fest, an dieser Aussage. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auffordern. Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97% geimpft sind wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht. Frank-Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes. Massive Grundrechtseinschränkungen wie Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen des Versammlungsrechts, der Versammlungsfreiheit waren in Teilen unverhältnismäßig. Das hat zuletzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig für die Ausgangssperre in Bayern festgestellt. Schon im Oktober 2021 hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Ausgangssperre für nachträglich unzulässig erklärt. Dagegen wehrte sich der Freistaat vor dem Bundesverwaltungsgericht, das die Revision zurückwies. In Bayern durfte das Haus damals nur aus triftigem Grund verlassen werden, etwa um zur Arbeit zu gehen oder um allein Sport zu treiben. Das bloße Verweilen an der frischen Luft war dagegen nicht erlaubt. Bayerns Gesundheitsminister Holitschek ist immer noch der Meinung, dass die Zitat Ausgangsbeschränkungen Ende März bis Anfang April 2020 zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bayerns aus damaliger Sicht ein wirksames und richtiges Mittel waren. Die No-Covid oder Zero-Covid-Strategie war aus damaliger Sicht auch ein wirksames und richtiges Mittel. Und am Beispiel von China sehen wir, wozu das hätte führen können. Glücklicherweise sind wir um diese Katastrophe herumgekommen. Wäre es nach einem Lauterbach oder Drosten damals gegangen, hätte es hier ähnliche Maßnahmen gegeben. Vielleicht immer noch? Wissen wir nicht. Zurück zu Montgomery. Ich schweife ab. Hier ein paar Zitate aus dem Interview. Die erste Frage von Tim Rhön lautet Es ist ein Jahr her, dass es flächendeckend 2G in Deutschland gab. Es war damals so, dass Ungeimpfte selbst ihre sterbenden Angehörigen nicht in Kliniken besuchen durften. In Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt war es verboten, Bratwürste an Ungeimpfte weiterzureichen. Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück? Montgomery. Jens Spahn hat einmal gesagt, wir werden uns viel vergeben müssen. Das ist so. Man kann nicht fehlerfrei durch so eine neue Sache kommen und deswegen gibt es den ein oder anderen Fehler, der gemacht worden ist. Unter dem Strich sind wir in Deutschland aber gut davongekommen. Dass man mal eine Bratwurst nicht an Ungeimpfte verkaufen durfte, hat jene ja nicht gleich das Leben gekostet. Aus der damaligen Sicht waren die Entscheidungen richtig. Heute würde man sie sicher nicht noch einmal so treffen, aber hinterher ist man immer klüger. In dieser Aussage steckt so einiges drin. Der Teil mit den Angehörigen, die alleine in den Kliniken sterben mussten, der wird einfach ignoriert. Warum auch darauf eingehen? Wir wollen ja nicht moralisch argumentieren. Stattdessen gehen wir lieber auf die Bratwurst ein. Die Bratwurst, die für mich so etwas wie ein Symbolbild der Corona-Zeit geworden ist, dass da doch einst selbst mit ihr für Impfungen geworben wurde. Dass man keine Bratwurst kaufen konnte, hat jene ja nicht gleich das Leben gekostet, sagt er. Immer wieder, wenn ich mich mal mit Freunden zu diesem Thema unterhalte, dann kommt in mir die Frage auf, wie weit man hätte gehen können. Wo wäre auch für einen Montgomery, einen Lauterbach oder einen Christian Drosten, wo wäre die Grenze gewesen? Wenn Einschränkungen für Ungeimpfte sie das Leben gekostet hätten, hätte man dann die Grenze gezogen? Es gab Überlegungen zur Triage, Ungeimpfte, die ja laut der damaligen Meinung und Überzeugung ohne jegliche Belege eine schlechte Überlebenschance hätten auf Intensivstationen. Es gab bundesweit Fälle, bei denen Ärzte Ungeimpften die Behandlung verweigert haben. Ein prominenter Fall in Wallenhorst bei Osnabrück. Dort begründete eine Patientin ihre Skepsis gegenüber der Impfung mit einem ausstehenden Kinderwunsch. Der Arzt verweigerte daraufhin die Behandlung und wollte auch kein Rezept für die Patientin ausstellen. Diese betonte ausdrücklich, dass sie kein Impfgegner sei. Nach Rücksprache mit seinem Mitarbeiterteam ist der Arzt dann zu der Entscheidung gekommen, dass künftig keine Patienten ohne die Corona-Impfung behandelt werden. Falls jemand aus dem Raum Osnabrück kommt und auf der Suche nach einem systemtreuen Hausarzt mit stabilen demokratischen Werten ist, das hier ist der gute Mann Dr. Florian Balkau, 37 Jahre alt, Internist. Die Ärztekammer betonte jedoch, dass es sich bislang um einen einmaligen Vorfall gehandelt hat. Der Fall ist vom Juli 2021. Ob das zum damaligen Zeitpunkt wirklich der Fall war, lässt sich nicht ganz so leicht beurteilen. In einem Artikel der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen vom 27. Oktober, also drei Monate später, können wir lesen, dass der Schmerzmediziner Dr. Christian Albert aus Hannover ab 2022 nur noch Geimpfte und Genesene in seiner Praxis behandeln will. Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen befasst sich die KVN derzeit mit rund zehn weiteren Praxen, Stand Oktober 2021, die so handeln wie Albert. Es gibt durchaus Gründe, weshalb ein Arzt die Behandlung eines Patienten ablehnen darf. Bei einer Störung des Vertrauensverhältnisses oder durch eine Überweisung an eine andere Praxis kompensierbare Überlastungssituation, also eine Überlastung des Hausarztes. In Notfällen darf kein Arzt die Behandlung von Patienten verweigern. Frage an Montgomery. Die Tyrannei der Ungeimpften. Tut Ihnen leid, dass Sie das damals so gesagt haben? Nein, es tut mir gar nicht leid. Und ich glaube, es hat unheimlich viel bewirkt. Wollt ihr wissen, was es vor allem bewirkt hat? Spaltung. Eine noch tiefer gehende, weitergehende Spaltung der Gesellschaft. Möglicherweise hätte auch der Blinddarm-Analogie von Bosetti hier zugestimmt. Weiter behauptet Montgomery, hätten wir damals mit einer Impfpflicht erreicht, alle Menschen zu impfen, wären wir sehr viel schneller über den Berg gewesen. Welchen Berg? Über welchen Berg sind wir denn jetzt aktuell drüber? Da muss man manchmal in der Politik etwas zuspitzen auf so eine Bemerkung. Es war eine Tyrannei, dabei bleibe ich. Es war eine Bevormundung der Mehrheit durch eine Minderheit. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass die Impfung irgendeinen wirklich messbaren, positiven Effekt hatte. Weder bei den schweren Verläufen, noch bei den Infektionen oder Todesfällen. Wir wissen immer noch nicht, wie viele Patienten durch Covid-19 im Krankenhaus landen, statt zufällig mit. Und ja, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich in die Statistik eingehe, weil ich mit einem gebrochenen Bein zufällig positiv getestet wurde oder aufgrund von meiner Corona-Symptomatik ins Krankenhaus eingeliefert werde. Diese Zahlen werden bis heute nicht unterschieden. Selbiges gilt für die Todesfälle. Weiter spricht Montgomery von einem 90-prozentigen Fremdschutz durch die Impfung. Das dürfe man auch nicht vernachlässigen. Welt fragt nach, woher die 90% kommen. Er entgegnet, Leute, die geimpft sind, haben sehr viel seltener und sehr viel harmloser eine Infektion als Leute, die nicht geimpft sind. Dann ein kurzer Schlagabtausch. Montgomery weiter, sie müssen es aus der damaligen Sicht betrachten, als man noch von einem stärkeren Fremdschutz durch die Impfung ausgegangen ist. Zur Erinnerung, man ist anfangs davon ausgegangen, dass die Impfung eine Infektion sogar zu 100% verhindern könne. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, möglicherweise könnte die Impfung oder mehrere unter gewissen Umständen einen schweren Verlauf verhindern. Also vielleicht. Dazu gibt es auch keine validen Daten. Im Gegenteil, es gibt bisher nichts, was das wirklich belegen kann, eher Daten, die dagegen sprechen. Wir wissen, dass einer von 5000 Menschen schwere Nebenwirkungen erleidet pro Impfung. Mittlerweile sind wir bei Impfung Nummer 5, das heißt die Wahrscheinlichkeit für schwere Nebenwirkungen 1 zu 1000. Die nächsten Sätze von ihm sind bezeichnend. Und wir haben damit erreicht, dass eine ganze Menge mehr Impetus in die Impfkampagne gekommen ist. Und mit Sicherheit haben wir erreicht, dass auf Grundlage dieser Debatte die Impfpflicht im medizinischen Bereich eingeführt worden ist. Das war ein großer Erfolg. Da wurden Leute geimpft, die sich nicht anders hätten überzeugen lassen. Die überzeugen wovon denn? Von der Wirksamkeit? Von diesen erfundenen 90%? Lest euch die Zeilen genau durch. Es ist mehr Impetus, also Schwung in die Impfkampagne gekommen. Und durch die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen wurden Menschen geimpft, die sich anders nicht hätten überzeugen lassen. Kein einziges Wort davon, dass das irgendeinen Nutzen für diese Menschen hatte. Der Erfolg war hier ganz offensichtlich nur die Impfung selbst. War das notwendig? Und es geht weiter mit wilden Behauptungen, die längst widerlegt bzw. noch nie bewiesen wurden. Massiv weniger Infektionen, vor allem weniger schwere Verläufe. Geimpfte kommen sehr viel früher nach einer Infektion wieder in den Job. Da gibt es nichts zu. Keine Daten. Und man dürfe Long-Covid und Post-Covid nicht vergessen. Keine Sorge, so häufig wie das immer noch gebetsmühlenartig wiederholt wird, vergessen wir das so schnell. Das sind alles wilde Behauptungen von jemandem, der genauso verbissen wie Lauterbach an völlig überzogenen, unbewiesenen, nicht belegten Maßnahmen und Regelungen festhält. Er steht auch weiterhin zur Impfpflicht. Diese habe sehr viele Tote und sehr viele Krankheiten verhindert. Woher genau weiß er das? Vielleicht stand er sie auf der Rückseite von irgendeinem Scheck, den er erhalten hat. Wissen wir nicht. Auch der Rest des Interviews wird nicht viel besser. Es wirkt so, als sei Montgomery irgendwo Anfang 2021 im Kopf ziemlich schwer hängen geblieben. Als man noch davon ausging, die Impfung sei die absolute Wunderwaffe gegen ein Virus, welches sich im Nachhinein als deutlich harmloser herausgestellt hat, als wir es ursprünglich vermutet hatten. Wer nach der heutigen Datenlage immer noch eine Impfpflicht für richtig und wichtig hält, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Oder man erhofft sich vielleicht noch den ein oder anderen zusätzlichen Euro, der sich damit verdienen lässt. Das Thema ist leidig und auch mich nervt es. Schon ziemlich lange sogar. Ich kann und werde es aber trotzdem immer wieder erwähnen. Wir dürfen nicht vergessen, wie die Gesellschaft gespalten wurde, wie Menschen aufgrund ihrer freien, persönlichen, medizinischen Entscheidungen behandelt wurden. Aufgrund einer Impfung ausgegrenzt. Grundrechte eingeschränkt und Menschen absolut unwürdig behandelt wurden. Eltern, die einsam ohne Angehörige sterben mussten. Kinder, die ohne ihre Väter im Kreißsaal auf die Welt gekommen sind. Und die ersten Tage nach der Geburt alle Menschen um sich herum nur mit einer Maske sehen konnten. Wir dürfen nicht vergessen, wer die Gesellschaft so auseinandergetrieben hat in den letzten drei Jahren. Eins ist sicher. Die Ungeimpften, Herr Montgomery, waren es sicher nicht. Einen weiteren in meinen Augen besonders guten Artikel finden wir hier ebenfalls von Tim Röhn. Er hat ein Gespräch mit Jay Batakaria geführt. Er ist Professor für Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Gesundheitsforschungspolitik an der Stanford-Universität. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Ökonomie des Gesundheitswesens. Er spricht davon, dass die Lockdowns der größte Fehler in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit waren. Bereits im Oktober 2020 forderte er das Ende aller Lockdown-Maßnahmen mit der Great Barrington Declaration. Im Rahmen der Veröffentlichung der Twitter-Files wurde bekannt, dass auch Twitter damals gegen ihn vorging. Er und viele andere Wissenschaftler, die sich gegen die Covid-Lockdown-Maßnahmen ausgesprochen hatten, wurden mit einem sogenannten Shadowban belegt. Das bedeutet, dass die Reichweite ihrer Inhalte künstlich eingeschränkt wurde. In den sozialen Medien entstand dann der Effekt, dass regierungs- und systemtreue Wissenschaftler in Deutschland, wäre da ein Christian Drosten oder eine MyLab zu nennen, weiterhin eine enorme Reichweite hatten und damit ein verzerrtes Bild entstehen konnte. Man bekommt den Eindruck, als sei die Wissenschaft sich absolut einig im Umgang mit Corona. Kritische Stimmen fallen damit auf wenige Einzelpersonen, die man dann als Verschwörungsideologen, Corona-Leugner, Querdenker, Schwurbler und so weiter brandmarken kann. Man hat herausgefunden, dass es ein Dutzend Bundesbehörden gibt, die regelmäßig in einigen Fällen sogar täglich mit sozialen Medien interagieren, um ihnen zu sagen, was sie unterdrücken sollen und in einigen Fällen wen sie unterdrücken sollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Regierungen daran beteiligt sind, soziale Medien über die Parameter von Debatten zu instruieren. Und da kann sich der Böhmermann-Clown El Hotzo noch so oft hinstellen und behaupten, es gibt ja eine freie Meinungsäußerung in diesem und anderen westlichen Ländern. Ja, die gibt es. Wie frei ist denn eine Meinung, wenn Regierungen und Behörden aktiv dafür sorgen, dass diese Meinung nicht gehört werden soll, da sie nicht dem eigenen Narrativ dient und als schädlich angesehen wird? Leider werden diesen Witzfiguren, also wie El Hotzo oder auch einem Böhmermann, nie die richtigen Fragen gestellt. Naja, du kannst ja deine Meinung immer noch äußern, sie wird nur nicht gehört. Klar, im Knast kann ich auch meine freie Meinung leise in mein Kissen hineinholen. Du musst dich ja auch nicht impfen lassen, dann werden halt deine Grundrechte eingeschränkt und deine Oma stirbt alleine. Aber ist doch freiwillig, oder nicht? Ihr seid so fucking verloren im Kopf. Diese Argumentation ist so abgrundtief lächerlich. Und sie merken es nicht einmal. All diese Dinge in Bezug auf die Twitter-Files sind auch nur ans Licht gekommen, weil Elon Musk diese veröffentlicht hat. Es wundert mich überhaupt nicht, dass ein Staat eine Regierung öffentliche Debatten lenkt oder versucht zu lenken. Allerdings wurde man bisher damit als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker abgeständelt, vor allem in Bezug auf Corona. Im Übrigen auch, als man damals davon ausging, dass Ungeimpfte massive Nachteile erfahren würden. Aber was weiß ich schon, man hätte sich ja einfach freiwillig impfen lassen können. Und gut, ist dann alles. Ich bin durchaus positiv gestimmt, dass wir in den nächsten Monaten noch deutlich mehr erfahren werden, was uns zur Hochzeit der Pandemie alles verschwiegen wurde. Genauso wie man jetzt gezwungen sein wird, sich intensiver mit den Impfnebenwirkungen auseinanderzusetzen. Es ist auch schön, wieder Stimmen zu diesem Thema zu hören, die in den letzten Monaten und Jahren offensichtlicher oder bewiesenermaßen medial unterdrückt worden sind. Es bringt ein wenig Leben, ein wenig Vielfalt in diese Debatte. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Kommentar dalasst, das Video bewertet, das vielleicht auch mit euren Freunden und Bekannten oder dem, was nach Corona noch davon übrig ist, teilt. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.